Das wird jetzt ganz interessant. Komm, wie wird's? Sogar Kaffee. Sogar Kaffee. Sogar Kaffee. Sogar Kaffee. Wie viel Kaffee habt ihr denn heute schon getrunken? Vier. Vier Kaffee. Ein Kaffee. Nein, aber 20 Bier. 20 Bier, ein Kaffee, so mit dem Bischof. Auf jeden Fall gut. Abitur ist das ein Ort. Und wer von euch hat zu freiwillig schon zum Bundeswehr gemeldet? Ich, genau. Herr Körsch. Denk ich doch durch. Wollt ihr auch noch einen Kaffee haben? Ja, natürlich. Also, fangen wir links an. Für? Matthias. Matthias. Mit Doppel T. Und H. Alles. Volles Programm. Das ist alles, was da ist. Zack, zack. Hier ist unser Bundeswehr. Genau. Und Alex. Wie bitte? H. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.